So, Moins an alle, ja, ihr seht heute mal nicht mein Gesicht, weil ich bin heute zu Hause, ich habe mein Studio nicht mitgenommen, was vielleicht auch keine schlechte Idee ist. Wir haben auch heute ein, na, sag schon, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist geil, oder? Also, ich versuche, ah, schön, Handy, dass du es jetzt auch mitgecheckt hast. Ähm, ja, also ich möchte euch heute definitiv mit ein paar schönen Spielen, also mit einem ETS 2, äh, möchte ich euch heute definitiv beglücken. Mal so als schönen Abschluss der Woche, weil ich werde definitiv morgen nicht streamen, ähm, und auch am Sonntag nicht. Und ich, hat folgenden Grund, jetzt müssen, oh, Alter. So, das mache ich nämlich definitiv. Also, hat folgenden Grund, weil, äh, endlich ist der Kühler angekommen und morgen möchte ich, äh, nee, nicht morgen. Sondern, ähm, ähm, äh. Jetzt habe ich's, jetzt, habe ich den Faden verloren. Sonntag, genau. Ah, man. Sonntag baue ich den neuen Kühler ein, der, äh, ähm, der, äh. Alter, ich finde heute die Worte nicht. So, Schnelleinrichtung. Controller. Einfach. Fertig. So, jetzt müsste er eigentlich... Aha. Das ist ja... Das ist ja mal interessant. Mal sehen. Ah, läuft. Läuft. So. Ja, also der Kühler ist wie gesagt angekommen. Ich will den am Sonntag einbauen. Es ist ein Skype Moog in 5 ARGB. Nettes Viech. Vor allen Dingen sehr großes Viech. Wieso zockst du ETS und bist nicht auf dem Discord-Server? Ich bin ja schon unterwegs. Bin ja schon unterwegs. Du, wir sind heute am Streamen, ne? Wie kommt das denn? Naja, weißt du, ich dachte mir einfach mal, wir tun's mal. Ähm, ja. Ja. Die Worte war nicht gerade perfekt, aber okay. Ja, ähm. Weiß, ähm. Das ist genau so. Mann! So, wer hat zwei deutlich was, ne? Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja. So. Oh. Alter, dieses Netzwerk geht mir heute so auf die Nerven. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter. Das ist wahrscheinlich, weil der im Hintergrund was runterlädt. Definitiv. Könnte man mit rechnen. Also das, äh, ich mein jetzt, äh, mein Handy, weil ich gucke mir den Stream ja über Handy dann an. Falls mal was ist, was nicht sein soll. Ja. Ja, ich, ich will jetzt aber mal noch das beenden, was ich jetzt, äh, schon gesagt habe. So, also, was war das Problem? Problem war folgendes, ähm, mir ist die Wasserkühlung kaputt gegangen an meinem i7 und, äh, dann musste ich halt einen neuen Kühler bestellen und der ist jetzt letzte Woche angekommen und ich musste dann, äh, Quatsch, ich musste dann, oh, Alter, ich kann heute nicht reden. Ähm, ja, naja, ich weiß und, äh, den baue ich am Sonntag ein und dann, denke ich mal, ist nächste Woche wieder Streaming Time und dann sollte das laufen. So, nur habe ich, nur habe ich fertig. Ich empfehle die Flasche leer. Ja, 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 ich zocke ETS und du bist nicht online und machst mich noch zur Sau. Ihr, ihr kann doch nicht sein, ist kein Konvoi an. Ich bin online. Würden wir uns sonst hören? Ja, aber ich meine, ist ja jetzt kein Konvoi an, weil du mich gerade angeschissen hast von wegen, ja, du bist in ETS online und, äh, bist nicht auf dem Discord-Server. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt hier verkehrt? Controller-Einstellung. Einfach Automatik. Lernt. Wir machen das nochmal neu. Einfach Automatik. Ja, ja, so. Jetzt müsste das aber eigentlich laufen. Oh, der hat immer noch dieses, dieses verdammigte Lenkrad drin. So, jetzt gucken wir mal, ob, ob das immer noch so ist. Ach, der ist übelst schnell dabei. Wieso ist denn das übelst schnell? So? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich weiß ja nicht, was los ist. Naja, aus... Du sprichst ja nur ein Rätsel. Lenkempfindlichkeit? Na, ich, ich habe jetzt eine Schnelleinrichtung gemacht und irgendwie hat das noch die, äh, die Einstellung vom Lenkrad drin. Ach, Controller-Unterart. Ne, doch. Hä? Das muss ich jetzt nicht wirklich verstehen, oder? Und das Lenkrad, das macht hier gerade übelst, äh, ja, übelst... ... Ja, ja, also, es geht zu schnell. ... ... Fälle könnte sein, dass dein Lenkradius zu klein eingestellt ist. Vom Lenkrad her, nicht vom Spiel. Äh, meinst du jetzt Lenkempfindlichkeit? Lenkeinschlag. Maximaler Lenkeinschlag von deinem Lenkrad der Treibersupplung. Ach. Wie gesagt, nicht vom Spiel an sich. Weil das habe ich bei mir auch, wenn ich zum Beispiel vorher mal Formel 1 gespielt habe, wo ich dann auf 240 Grad maximal Lenkeinschlag gegangen bin, weil ich von Treibersupplung vom Lenkrad und starte dann mein ETS 2, dann ist das so am Auskicken, weil das gar nicht, äh, sozusagen die Bewegung, ähm, realisieren kann. Weil es einfach zu minimaler Lenkeinschlag ist. Ja, aber... Wenn ich meinen Lenkeinschlag wieder auf 900 Grad einstelle, ist alles wert, wie tut die? Ja, aber, äh, die Logitech-Software hat doch keinen Einfluss auf meinen Controller. Achso, du spielst mit dem Controller, nicht den Lenker. Ja, das, das ist ja eben gerade das, was mich so ein bisschen, äh, was mich so ein klein wenig verunsichert. in der Spiele-Einstellung unter dem Controller, ist da denn auch dein Gamepad drinne, oder ist da noch das Lenker drinne? Ne, ne, äh, Tastatur plus Xbox-Controller, Xbox One. Deswegen bin ich gerade ein bisschen, so, Reaktionsschwelle ist gleich null, also komplett nach links. Und die Lenkempfindlichkeit ist ungefähr so auf dem, auf dem Viertel. Das ist jetzt ein bisschen komisch. So, machen wir mal Standard-Einstellung. Beschleunigungs-Achse. Fehlend. Wieso ist denn die fehlend? Hä? Ich hab nichts Ahnung. Verarschen, oder was? Beschleunigungs-Achse. Rums. So, Brems-Achse, ist die hier. So, das funktioniert. Lenk-Achse, das funktioniert auch. Beschleunigungs-Achse, okay, jetzt hab ich eigentlich alles eingestellt. Na ja, nicht nur eigentlich, ist es ja jetzt auch drin. So. Aber warum? Alter, das rastet ja übel aus. Vielleicht sollte ich die Lenkempfindlichkeit mal noch ein bisschen runternehmen. Weil das sind ja noch die... Ich hab's mit Gamepads einzuschneiden, das kann ich die leider nicht hören. Ich hab's nie mit Gamepad gespielt. Jetzt versuchen wir das nochmal von vorne. so. Na, das sieht doch schon fast ein bisschen besser aus. Boah, alter. Aber ich bin hier irgendwo in der Pampa gelandet, warum auch immer. Boah, ich starte das Spiel mal neu, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oder wenn ich die Lenkempfindlichkeit komplett runternehme? Mal sehen, was dann passiert. Ah, geht doch. Na, das sieht doch schon viel gesmoothter aus. Aber trotzdem geht das noch ab wie Zäpfchen. Das ist ja mal übel. Ey, das ist wirklich übel. Das bin ich ja so von ETS gar nicht gewohnt. Ich glaube, ich bin da, wo wir getankt, äh, wo du getankt hattest, bevor du dann äh, noch weitergefahren bist. das ist ja mal mega übel. Lernfähige Automaten. Jetzt steht da wieder Lenkrad. Ich starte das Spiel mal neu. Ja, will ich. Der hat noch das Lenkrad drin gehabt, warum auch immer. Und wie war dein Tag? Joa. Joa. Joa, joa, das klingt irgendwie so joa. Joa. Nix besonderes. So. Hm. So. Stationen. Na. Nerf, nerfiger Arbeit, nerfiger Einkauf. Also, eigentlich so wie immer. Richtig. Jetzt hat er immer noch Lenkrad drin, ne? Ah, ne? Da ist es doch. Gamepad. Gamepad. Ach, ich glaub, ich weiß, warum der das nicht erkannt hat. Weil ich das Spiel schon gestartet hatte und erst dann jawohl. Ist immer sinnvoller, egal bei welchem Game, immer erstmal Controller entweder aktivieren oder anschließen oder wie auch immer und dann das Game starten hier und das Ja, das hab ich jetzt auch mitgekriegt. Aber beim ersten Start scannen die meisten Spiele die ganzen möglichen Peripheriegeräte. Das ist schon viel gesmooth da jetzt. Ja. Na bitte, geht doch. So wie ich's von ETS gewohnt bin. Na, ich wollte jetzt extra nicht das Lenkrad anschließen, weil das wär dann doch jetzt ein bisschen Ja, ich bin heute mal faul. Nur heute? Ja, du mich auch. So, haben wir denn hier irgendwo mal Aufträge? Lass mal gucken, wo ich hier überhaupt bin. In Narva. Wieso will ich denn zu einer Werkstatt? Geht's meinem Truck nicht gut? 2% Schaden. Na ja, gut. Ich finde das Spiel immer noch zu laut. Ja, ha, Lautsprecher, Mixer und so 10% runter. Ist sowieso alles ein bisschen leise. Aua! Ah! Autsch! Ah! soo! Oh! 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 Was mach ich denn? Ah! Man sollte ins Menü gehen. Hehehe! Ah! Ne, ne, ne. ohne Ah! Oh! Ich ne, 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 aber wenigstens hat sich die tasten belegung gemerkt mein gott jungs hier sind doch ach so ihr sind 40 erlaubt ich ich bin in russland und hier sind überall kontrollen aber magst noch mal erzählen was gestern passiert ist da muss man ja dazu sagen ich bin schon viel früher ausgefallen weil ich mich in der s kurve hingelegt habe und das war ja so ein word of trucks auftrag und da dachte ich wenigstens dass du es schaffst und direkt auf dem hoch ja also unverständlich so was aber du hast ja du hast aber ganz schön geflucht ich bin immer am fluchen egal was ist ja komm alter also ich hätte auf jeden fall richtig geflucht ja klar den einschleicher gerade abgewimmelt und den nächsten vor mir und dann natürlich noch eine ampel die rot ist natürlich warum auch nicht also ich sehe gerade es kommt alles ein bisschen zeit wird was macht denn der hier klar alter alles ein bisschen zeit verzögert im stream an naja so cool ist das jetzt nicht ach so ja mit ironie kann ich nie wirklich viel anfangen aber wenigstens läuft auch stabil also das ist schon mal schön ich habe mir gerade montana black angeguckt wie mimi da über leon mascher her gezogen hat da muss man auch sagen der typ das ich meine der hat fans der hat auch klicks ohne ende aber der verarscht seine seine fans und das finde ich irgendwie gar nicht so lustig ich meine wenn ich wenn ich doch eine fangemeinde habe da möchte ich doch wenigstens das mal dass ich meine fans auch respektiere oder sehe ich da was falsch ne das stimmt mir ja zu so gucken wir mal was wir hier für aufträge haben aber der typ alter also sowas finde ich echt ziemlich schieter um es mal so auszudrücken sag mal wo sind wir eigentlich gestern her gekommen ich meine jetzt bevor wir nach russland gekutscht sind ich werde jetzt gerade fast nach florenz hier fahren natürlich direkt durch frankreich durch warum auch nicht das tue ich mir jetzt nicht an dann fahre ich eher nach florenz also ich mag ja vieles aber das nicht was denn jetzt der aufleger ein bisschen zu weit so na dann auf geht's wie viel ziehe ich denn überhaupt heute drei tonnen na ja es sollte ja nicht so viel geschwindigkeitsverlust geben allerdings kann es dann unter umständen sein wenn ich dann wirklich zu hart in eine kurve reingehe dass das wegfliegt ich bin schon wieder müde und ich weiß nicht wovon wahrscheinlich weil ich heute so viel zu viel geschlafen habe weil normalerweise denkt man ja dass wenn man ein bisschen länger schläft dass man dann noch ausgeruhter ist aber irgendwie ist dem nicht so du bist heute so ruhig muss ich mir da jetzt sorgen machen ich will mir aber keine sorgen machen ich sag ja schon nicht mehr ist ja gut ja ist ja gut so wo war das joypad taste 6 ach die nimmt doch hier nicht an das ist ja jetzt wirklich doof das kann ich auch nicht abnehmen ok da müssen wir halt normal mit tempomat fahren okay so und Huch, jetzt habe ich mir aus Versehen ausgemacht. Aber da stand irgendwas von Tastatur. So, Tempomat, Geschwindigkeit erhöhen. Welche Tasten sind denn da nie belegt? Bei der Tastatur bin ich jetzt gerade mal am Überlegen. Welche sind denn da nie belegt? Ich weiß was. So, Färtsch. Schon viel gechillter. Ich habe drei Tonnen hier hinter mir. Da muss man ja nicht unbedingt mit 70 in eine Kurve gehen. Also ich meine jetzt... Ja... Nein, das tut er nicht. Ja. Aber mit 90 über der Landstraße. Ja. 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 Aber mich verwirrt noch eine Aussage von dir Und zwar, dass wenn ich streame und du mit dabei bist Dass du dich benimmst Also bis auf ein paar Aussagen Die man nicht tätigen sollte Kannst du doch von mir aus Dich auch mal ein bisschen daneben benehmen Tanken, ja, nein Ach komm, ich mach's einfach Oh, das ist aber eine kleine Einfahrt Ach, ich hab ja so'n Auflieger wie du gestern Ja, der mit lenkt Gibt auch welche, die, äh, die ich hätte auswählen können, die ich mit lenken Ist ja gut, ich sag ja schon nichts mehr Wo komm ich denn jetzt hier raus? Ach, da hinten Ach nee, Scherzkeks Ah, ich hätte auch hinten rumfahren können Na ja gut Na ja gut Was denn? Ich mach's gerade was ganz, äh, erwachsenes Ja gut, ich mach's gerade was ganz, äh, das haben wir jetzt almonds sind schon Okay. Oh. Liebe Kinder, das macht ihr bitte nicht nach. Ah, ich habe aber Quelle eingegeben. Ich kann es auch nicht ändern. Okay. Naja, gut, dann haben wir halt ein bisschen Zeitverzögerung. Aber ich finde es gut, dass man mich heute im Stream nicht sieht. Ich sehe nämlich richtig schlecht aus. Obwohl ich länger geschlafen habe. Äh, tu mich auch. Wieso fährt denn der weiter? Ich schreibe das mal in den Chat. Ey, das sind wirklich fast 20 Sekunden Zeitverzögerung. Hm. Kannst du mal sehen, was ich zum Spiel finde. Hm. Ah, es ist eigentlich... Ja, aber das ist eigentlich relativ normal. Selbst wenn du jetzt Quelle angibst. Sollte da eigentlich nicht sein, aber... Naja, gut. Na, Junge, was machst denn du hier klar? Boah. Scheiße, wa? Mein Handy hat geblinkt. Ich halte jetzt nicht an dafür. Oh! So, liebe Kinder, niemals, niemals aufs Handy gucken, während, während der Fahrt. Ich fahr heute auch wie so ein Raudi. Ich weiß nicht, ob ich die Ruhe war, aber nur heute? Normalerweise fahr ich relativ vernünftig. Ja, normalerweise tue ich das. Außer mit Kreisverkehren, da habe ich immer noch so meine Probleme. Und es kommt natürlich der nächste. Oh, draußen windet es. Könnte ich ja theoretisch mal das Fenster aufmachen. Oh, 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 oh. Da kommt eine Brücke. 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 Und natürlich ein Kreisel. Ach ne sah nur so aus. Ne doch ist einer. Scheiße. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ich glaube die kriegt das gar nicht mit, dass wir zwei auch gerade miteinander reden. Ich muss das nochmal bei ihrem Laptop ausstellen, dass der beim Start von Windows auch einen Discord aufmacht. 90 erlaubt und was kommt? Richtig, ein Kreisverkehr! Ja! Ja! Wow! Ja! 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 Ich mach mal hier bei mir das Fenster auf. Das stürmt gerade da draußen so schön. Ja, dann kommt mal frische Luft hier rein. Na, reicht das aus? Tatsache, reicht aus. Und weiter geht's. 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 Das ist ein Gratis-Auto bei Forza. Das ist ein Gratis-Fahrzeug bei Forza. BWM 8 Competition Coupé 2020. Hm. Also interessiert mich jetzt nicht so wirklich so ein BMW. Aber ich hab heute mal wieder gesehen, dass es noch so einen unfairen Money-Glitch gibt. Mhm. Und zwar, du brauchst nicht mehr als ein gutes Drift-Fahrzeug, mit dem du deine Erfahrungspunkte... ähm. Na. Ich sah schon deine Punkte in der Sammlung. Genau. Die sammelst du und kaufst dir dann ein Toyota Supra. Ja. Und zwar den aus 21. Ja. Und wenn du, also wenn du dann, äh, sozusagen 10 zusammen hast, kannst du, äh, damit Super-Whearspins dir holen. Mhm. Und das kannst du immer und immer und immer wieder machen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass dann, äh, die, äh, die, na, die Super-Whearspins, da hast du, äh, sehr oft noch Geld mit dabei. Und das Geld, was du eigentlich investiert hast, hast du dann sofort wieder drin. Mhm. Du brauchst ja die Kiste noch nicht mal tunen und, äh, du kannst ja das Ding dann, ähm, sag schon, kannst ja entweder verkaufen, das heißt, wenn wirklich jemand so ein Supra braucht, dann hast du gleich nochmal Kohle mit dazu verdient. Oder du haust ihn sofort raus, weil, wie gesagt, dein Geld hast du ja schon wieder drin und musstest den ja noch nicht mal tunen. Zugrauf von 2020. Ah. Okay. 2020, ja. Du musst nur fünf, äh, Fähigkeitspunkte, also, äh, Quatsch hier, ähm, na, Automeisterungspunkte. Musst du ja nur ausgeben für ein Super-Whearspin. ausgeben für ein Super-Whearspinne. igmund im Auftrag von Vielen Dank. Vielen Dank. Also soweit, dass man halt, sag ich mal, was weiß ich, so 10.000 noch mal investiert. Ein bisschen für die Optik drauf. Der Toyota Supra 2020 hat aber kein USB drin. Okay, komisch. Mysteriös, mysteriös. Das könnte möglich sein. Aber der letzte, der mir da halt angezeigt wurde, beziehungsweise den ich da im Video gesehen habe, das war der 2020er. Okay. Okay. ich glaube da müsste man einfach mal gucken welche autos man schon hat und da mal in die automeisterung rein tun weil du wirst ja niemals sage ich mal jedes mal wenn ein neues auto kaufst oder oder eins geschenk gekriegt hast sofort in die automeisterung reingehen so 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 okay so Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Autobahnkreuz des Todes. Da war jetzt direkt ein Feuerwehreinsatz an meiner Ausfahrt, wofür ich gerade keinen Grund sehe. Und jetzt muss ich das gesamte Kreuz mitnehmen, nur um wieder auf meine Strecke zu kommen. Sinnlos. Naja gut, fährt man halt einmal drum rum. Naja gut. Naja gut. Naja gut. Naja gut. Naja gut. Ja ne. Naja gut. Naja gut. Naja gut. gesperrt, oder was? So. Jetzt werde ich aber trotzdem mal eine rauchen gehen. So. Katze, bis gleich. 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 Vielen Dank. 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 So, weiter geht's. Oh ne, den hätte ich nicht mehr geschafft. Wonach suchst du denn eigentlich? Oh, gut gut. Ach, einfach nur mal so stöbern. Was hast du gestartet? Was hast du gestartet? Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist ja nicht mehr. Wow. Ja, das ist ja nicht mehr. Aber irgendwie funktioniert. Aber irgendwie funktioniert sogar das Force Feedback jetzt gerade nicht. Oh. Weil ich merke. Weil ich merke keine Vibration. Nicht. Nichts. Ja, aber ich glaube, es gibt schlimmeres. Ja, das ist ja nicht mehr. 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 Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Oh, S-Kurve mit 100. Oh, geht. Und jetzt kommt der Start. Oh, geht. Oh, gut. Okay, okay. Okay, ja, also. So, das kommt ja mal so. Okay, ja, das ist ja noch mal so. Morgen kommt mein Bruder wieder zu Besuch Spielt morgen sein Abschiedsspiel bei seinem alten Heimatverein im Fußball und nimmt mich dann glücklicherweise wieder zurück mit nach Leipzig Oh, das wäre beinahe schief gelaufen und dann Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dafür kam der 5.0. Weiß ich noch nicht, ich habe noch keine entdeckt. Oh, Lord ist wieder da. Kann ich mal wieder mitmachen? Na klar. Ja, warte mal, ich fahre mal hier auf den Parkplatz. Äh, dann mache ich mal einen Konvoi auf und, ja. Ja, so, Konvoi-Hosten. Ähm, Erscheinung der Sitzung. Warte mal, eigentlich müsste das ja, gibt es einen Grund, warum die Face nicht an ist? Hast du zufällig dein Handy da? Ja. Ja. Theoretisch, ja. Mitspringen. Höre dich, ja. Ah, jetzt funktioniert es perfekt. Ja, weil ich habe nämlich in meinem Handy so eine kleine dumme Verzögerung gehabt, aber die ist jetzt weg. So. So. Ähm, maximale Spieleranzahl 8, noch Steam-Freunde? Nö. Verkehr aktivieren, Schaden zwischen Spielern aktivieren, könnte man eigentlich drin lassen. Auf Serviceflächen andere Spieler in koalitionsfreien Gebieten ausblenden. Nö. Warum sollte man das tun? So. Ähm, das Passwort ist defi zockt, alles klein zusammengeschrieben. Doch, ich habe immer noch diese scheiß Verzögerung drin. Was soll denn das? Ah. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Gut. Ich muss meinen Auftrag noch zu Ende machen. Ja, kein Ding. Ich fahre gerade nach Florenz. Wenn du einen Auftrag hast, der dann nach Florenz führt. Und wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, war jetzt kein, äh, World of, äh. Das hat damit nichts zu tun. Er hat nicht alle direkt. Ach so. Äh, Florenz war ja Italien. Ach so, Italien hat Italien. Ich fahre gerade nach Nepal. Joa. Aber obwohl, wenn er gerade einen Auftrag hat, da kann er doch in die Sitzung mit reinkommen, oder? Natürlich. Ja. Und Nepal, also ich fahre ja gerade nach Florenz. Und Nepal ist ja nicht weit davon entfernt. Also, äh, wie gesagt, so wie Katze gerade gesagt hast, kannst du in den, äh, Konvoi mit, äh, einsteigen. Ach, da ist er schon. Oh! Oh! Er ist gerade außerhalb von Leipzig. Hm. Hm. Ah. Das heißt, er würde über Nürnberg, München, Salzburg und, äh, also kurz vor Klagenfurt und, würden wir uns dann theoretisch treffen, wenn dich dein Navi dahin leitet. War mir klar, bin schon drin. Hehehehe. Ja, das kann man jetzt wieder zweideutig sehen. Also theoretisch, äh, vor Klagenfurt könnten wir uns treffen. Und dann fahre ich dir nach, äh, Nepal hinterher. Oh, Alter. Äh. Äh. Fahre über München und Innsbruck, nicht Salzburg. Äh. Äh. Fahre über München und Innsbruck, nicht Salzburg. Ah. Er... Ja. Bitte halte an. Äh, äh. Also, das man mittlerweile ständig anhalten muss. Äh. Salzburg, naja, aber in Klagenfurt müssten wir uns ja treffen können, aber du bist schon näher dran, das heißt im Endeffekt, naja, nach Nepal könnte ich dann theoretisch nicht fahren, naja, wir gucken mal, ob wir uns theoretisch in Klagen vortreffen können, müsste in Italien an der Tanke oder so treffen, ja, können wir machen, ich versuche es so schnell wie möglich da zu sein. Ich versuche es so schnell wie möglich da zu sein. Ich versuche es so schnell wie möglich da zu sein. Stimmt ja, ist ja Nacht, aber wenigstens endlich mal Autobahn. Da kann ich ja wunderschön mit 110 durchhacken. Ich versuche es so schnell wie möglich da zu sein. Ich versuche es so schnell wie möglich da zu sein. Ich versuche es so schnell wie möglich. Jetzt hat es gehakt. Bleibt es noch weiter zweispurig? So wie ich das sehe, kommt eine Ampel. Ja natürlich, es kommt eine Ampel. Huch, da war ich aus Versehen ein bisschen zu weit rechts. Ja, ich habe wieder dieses Kirschgrün Glück. Irgendwie schon. Boah. Liebe Kinder, das macht ihr bitte nicht nach. Fährst du über Vene nicht? Äh, warte. Ja, fahre ich tatsächlich. Ah, da kann ich das Handy mal ein bisschen weiter ranholen. Dann sehe ich nämlich einen Chat. Ah, eine Wasserflasche wäre jetzt natürlich nicht so geil. Aber an der Kaffeetasse fahre ich nämlich nicht. Hehehehe. Äh. Ja, 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 ja. Hoppala. Entschuldigung. Jetzt muss ich sowieso an der Ampel halten. Kannst du dir mal nach Innsbruck die ersten Tanks markieren? Da warte ich dann. Ähm. Ach, wo hat er gesagt? Innsbruck. Innsbruck, Innsbruck, da. Ah. 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 Oder wollen wir uns direkt mal an der Tankstelle hier unten treffen? Nach der Maut. Weil dann würde ich mir nämlich einen Marker da hinsetzen. Ja, die meine ich ja. Okay. Ich hoffe, der hat die jetzt auch richtig gesetzt. Wien, Salzburg, Innsbruck. Ja. Hat er richtig gesetzt. Perfekt. Aber den Unterschied merkt man schon zwischen 11 Tonnen und 3 Tonnen. Ja. Ach, sagst du. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtiger fahren. Ja, ich sag ja schon nichts mehr. Oh, dann würde ich doch lieber ein bisschen brennen. Aber mir fällt jetzt gerade mal auf, dass ich die Warnblinke vergessen habe. Also hier das Lämpchen. Hm. Und eine Baustelle. Aber die Autobahnführung gestern durch die eine Baustelle hindurch an dem Tunnel, die fand ich nicht schlecht. Hm. Was ich mal echt mies fand war, ich sollte, das war noch äh, relativ zu Beginn meiner Sektion, sollte ich von Bremen aus nach Ostach fahren über Hamburg. Mhm. Oh, das ist böse. Das heißt, ich musste vor Hamburg abfahren über Rostock, Schweden, Dänemark nach Kiel. Ja, aber ich sag mal, ich fand das aber vorhin ein bisschen dreist, dass ich den ganzen, äh, diese ganze Abfahrt einmal komplett durchmachen musste, obwohl da nichts war, kein Unfall, gar nichts zu sehen. Hm. Also das war schon ein bisschen dreist vom Spiel. Ah, ich sehe schon wieder ein kleines Fliegegetier. Ja, das war dein eigener. Pfff. Ja, aber ich hab's mir dann doch überlegt. Ich hab mir gedacht, für die paar Tage lohnt sich's jetzt doch nicht mehr. Aber es würde sich dann eher lohnen, wenn, wenn ich jetzt ein paar Tage länger da bin. Und oben, oben ist eins. Und von daher, es geht mir ja nur ums, äh, ums Pennen. Alles andere ist mir ja scheißegal. Hm. Weil erstens, wenn ich zocke, dann hör ich die Viecher eh nicht. Aber wenn du piekst, dann merkst du. Nö, das eigentlich auch nicht. Das ist ja das Komische da dran. Also, ich hatte jetzt mal, ähm, also abends im Internat, da geh ich ja immer noch mal runter, meine letzten Rauchen und hab da Mucke im Ohr. Und es waren tatsächlich Mücken unterwegs. Allerdings, äh, hab ich drei Stiche nicht gespürt. Aber dann, äh, später im Bad halt noch gemerkt. Haben wir, äh, in Rollhaut reingepiext auf? Nö, das war eigentlich, äh, also einmal Wade und zweimal im Rücken. Nö, ja. Ein im Rücken und, äh, einer am, äh, am Arm. Also, wie gesagt, solange ich, äh, wach bin, stört's mich nicht. Aber wenn ich kurz vorm Einpennen bin, kennst du ja selber, da, äh, wenn's da ruhig ist, da ist ja dein Gehör geschärft. Äh. Das ist ja, wenn du die Augen zu hast. Ja. Mal nimmst du den Körper, egal ob er es gibt. Aus, äh, krankheitlicher Sicht oder aus, ähm, Aktivität, sag ich mal. Irgendeinen Sinn weg. Wie zum Beispiel beim Schlafen, im Sehen. Das Leben, wenn die andere Sinne um einen mehr, äh, vorsteht. Ja. Und deswegen haben ja, sag ich mal, auch die, äh, die meisten Leute, die ja blind sind, ein total besseres Gehör als jetzt vielleicht so ein normal Mensch. Mhm. Und, äh, ich hab aber das Glück, dass ich halt gute Augen und ein gutes Gehör habe. Dafür allerdings, äh, leidet manchmal meine Reaktionsgeschwindigkeit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, äh, ob ich das schon mal erwähnt habe oder ob Stocki das mal gesagt habe, aber ich hab ja Epilepsie. Ja, das hast du mir schon mal erwähnt. Mhm. Okay. Naja. Da warst du immer am Fluchen, wenn ich mit dem Pferd nichts hantiert habe. Ja. Ja, und, äh, nach, ui, 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 was ist hier los? Ah, Baustelle. Okay. Ähm, und nach einem, ich sag jetzt mal richtig großen Anfall, da brauche ich schon so meine drei Tage, bis, äh, bis ich wieder klarkomme. Mhm. Und, da ist aber komplett alles hinüber. Ja. Und das verstehe, also das haben meine Ausbilder teilweise gar nicht verstanden. Äh, äh. Man könnte sich bestimmt mit dem Thema Epilepsie und was für ein epileptischer Anfall überhaupt ist gar nicht, äh, auseinandersetzen. Genau, genau. Man könnte nur vom Hören sagen, oh ja, epileptischer Anfall, da kriegt er einen Tadamann und dann hat alles wieder gut. Äh, nein. Richtig. Viele wissen gar nicht, dass ein epileptischer Anfall sozusagen eine, äh, Überforderung des, äh, Genöses entweder durch das menschliche Auge, was der Epileptikerin so, äh, hat, wenn wir jetzt zum Beispiel viel geflackert sind oder so, dass da eine Sinnesübertreibung gibt. Die dann zu einem Anfall führen. Oder durch, ähm, andere Sinnesorgane, irgendwelche Überreizungen gibt. Und dadurch hilft der menschliche Körper einfach auf. Und, ja, hm. Dann fängt es dann an, dass das Gehirn auf Sparflamme geht. Der Körper komplett verkramt, weil das Gehirn nicht mehr weiß, was soll ich machen, um es mal grob zu beschreiben. Ja, man kann es ja auch so sagen, ähm, wir wissen ja alle, dass im Gehirn Strom läuft. So, ähm, und wenn es jetzt zu einer Überlastung kommt, also sprich einem epileptischen Anfall, ähm, und ich ja keine Sicherung habe, also, ich habe ja in der Wirbelsäule, äh, keine Sicherung, die einen Überspannungsschutz oder sowas bietet. Und von daher, äh, kriegt der ganze Körper dann einen Stromschock und alle Muskeln verkrampfen sich. Aber komplett durch. Und, das ist wie bei einem Muskelkater, ähm, man braucht auch mal seine gewisse Zeit dann, um wieder, äh, ja, äh... Um wortwörtlich herdersen zu werden. Hä? Um wortwörtlich wieder herdersen zu werden. Genau. das lustige also was heißt das lustige das komische an der gesamten Sache ist aber das Herz ist dadurch nicht betroffen es muss nur die Muskeln und alles was mit den Liebmaßenmuskeln sei es Arme, Beine, Füße, Hände Zunge allgemein Gelenke sagen wir mal so und was auch viele nicht über Epilepsie wissen ist dass der Körper dadurch nur eigentlich unmenschlich oder die wahre körperliche Kraft ausübt das was wir als Menschen, normale Menschen an Kraft aufwenden ist nie 100% das eigentlich der eigentliche körper kann mhm ein Epileptiker wenn der richtigen Anfall bekommt und offenbar total verkrampt und ihm hält niemals irgendwie die Zunge und kann dann sogar sein, dass ein Epileptiker sich selbst beim Anfall die Zunge hat Ja weil der Körper so verkramt und so viel Kraft aufbaut dass er sich selber verstümmeln könnte indem er sich an die Verdiagnose verarbeitet genau so ist das warte mal Lord hat gerade was geschrieben das ich mal kurz lesen kann hatte von meiner Geburt bis zu meinem 10. Lebensjahr extrem auch sehr extreme Epilepsie äh genau so wie ich nur in der Kindheit erkannt ja scheint so weil er auch schreibt so aber Epileptik wird man nie komplett loben selbst wenn es nicht mehr durchkriegt oder kein Anfall aber er hat trotzdem noch als Epileptiker weil sozusagen äh die Vereinlagen noch gegeben ja er schreibt auch er hat noch äh Lichtempfindlichkeiten und er hört äh Geräusche also er hat Geräusche im Ohr die äh die er nicht nachvollziehen kann wenn ich das richtig äh verstanden habe ich muss mal dazu sagen ähm wer beim äh beim DLRG äh Mitglied ist und äh ich sag jetzt mal so 10-jähriger Stift ja äh dem kannst du ja viel erzählen den wird beigebracht bei einem epileptischen Anfall den Leuten eine Beißschiene zwischen die Zähne zu schieben da hab ich da mal dieser äh ich hab ja so eine elfjährige mal kennengelernt ja aber überlegt mal wer einen epileptischen Anfall hat und ich sag mal noch relativ gute Zähne hat ja die auch noch relativ scharf sind äh da ist der Finger ab ja man sollte nie einen Finger oder einen Mundhau eine Zeppelette der Umzeichen Anfall stellt immer sollte man irgendeinen Gegenstand nehmen am besten ein nicht so schnell durch die Pisse werden kann wie zum Beispiel ein Eisspiel dabei ist der Tick da macht nur einmal Knack und dann hat man zwei halber Eisspiel es sollte schon etwas vernünftiger sein etwas was auch Widerschans fehler äh das die wenig dazu die Zunge rück zu behalten dass er sich nichts zwischen dass er seine Zunge nicht zwischen ziehen kommt naja ich muss mal so sagen also die Namen auf meiner Zunge sieht man nicht mehr aber ich habe sie mir auch mehrfach tatsächlich mal abgebissen die musste schon mal drangenäht werden aber seitdem also ich habe so das gefühl dass ich seitdem weniger schmecke das kann sein und von daher sage ich immer egal ob ich Videos mache oder oder streame es ist immer ein Video oder ein Stream mit behinderten Leuten also das klingt jetzt zwar ein bisschen abwertend aber der Witz an der Sache ist einfach nur mir sieht man es schon mal nicht an deswegen gucken die meisten auch total verwirrt und wir haben also ich habe mal ein MRT machen lassen du siehst gar nichts mein Gehirn ist wie jedes andere normale man hat keinen Fleck nichts und wir haben das schon öfters versucht zu provozieren also wirklich medizinisch zu provozieren aber das Monster in meinem Kopf hat gesagt interessiert mich doch nicht dabei ist es aber relativ einfach das zu provozieren weil es bei mir nämlich aus dem Schlaf kommt müsste ich einfach nur die Tabletten die ich abends nehme das sind ja immerhin schon mal 300 Milligramm also insgesamt nehme mich ja 500 die müsste ich einfach nur mal weglassen ab ans EEG und schon sieht man eigentlich was bei mir Phase ist ja ja aber die licht empfindlichkeit und die seltsamen geräusche äh die können vielleicht daher kommen also die licht empfindlichkeit nehme ich mal wirklich stark davon an weil das Auge hat ja damit ist ja damit relativ stark beeinträchtigt aber die Geräusche das müsste man mit einem Neurologen abklären ein 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 M&M's, die sind lecker. Aber wieso wundert dich das eigentlich, dass du drei Follower hast? Na gut, wie du sagst, würde bei dir ja momentan auch keinen Sinn machen. Und wie sieht das bei dir im Mobilfunknetz aus? So in etwa, ja. Ich habe einen Precept verschafft, den ich aufgeladen habe. Aus dem Grund, weil ich nur dafür habe, um erreichbar zu sein. Ich war auch schon überlegen, mir so ein LTE-Internet zu holen. Aber ich wüsste ja nicht, inwiefern da die Verbindung wäre. Ähm, naja, also ich benutze ja für mein... Äh, warte mal kurz. Die Geräusche sind laut meinem Arzt typische Nachwirkung. Ach so, okay. Ja, äh, dann äh, dann ist das ja wenigstens diagnostiziert. Ähm... Ne, das ist ja schon Paranoia. Ähm... Hier, die da unter der Decke, äh, vergrüßt. Ich höre tot, nein. Naja, das ist schon ein bisschen strange, ja. Ähm... Ich benutze ja zur Zeit dieses O2 Free. Das, ähm, hatte mal mein Bester, äh, gemacht. Und hat sich dann aber noch so ein Zweitding geholt, wo das, äh, über Paypal dann, äh, jeden Tag abgebucht wird. Und ich habe gesagt, pass auf, ich kann das gut gebrauchen, weil ich zur Zeit ein paar... ein Projekt habe, wo ich gutes Internet brauche und vor allen Dingen auch viel. Ja. Und... Ich, äh, oh, gleich Wiegestation. Ähm... Und da hat er gesagt, ja, komm, ich gebe dir das ab, zahlst du 40 Euro und dann ist alles schick. Da habe ich gesagt, okay, mach mal. Ähm... Und wie gesagt, das läuft alles jetzt mit einem Router, der, äh, einen SIM-Karten-Einschub hat. Und... So, spinnt der? Ja. Endlich Tag. Ja. Habe ich auch. Das ist sehr schön, dass es Tag geworden ist. Äh... Ich glaube, hier ist das Wiegen, ja. Ähm... Und es funktioniert, also es funktioniert relativ gut. Hm. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren und... Joa, wie gesagt... Sowas wäre eigentlich für dich jetzt geeignet, wenn, äh... Wenn es halt mit der Qualität, äh, übereinstimmt. Hm. So... Ich würde mich mal... Ich würde mich mal darüber informieren, weil es kommt ja auch immer drauf an, wenn wir hier dieses LTE-Internet haben. Ähm... Weil das ja sozusagen über Funk... Oder, ähm... Hellwände... In Anführungsstrung... Ähm... Ich bin die Fälle leider empfangen, weil ich nun mal in so einem Wischgebiet wurde. Hm. Zum Teil Industrie, zum Teil Landwirtschaft, zum Teil, ähm... in der Welt... in der Welt... Wohngebiet. Ja, ja. Hm. Hm. Ist das halt eine Sache, ob ich überhaupt, ähm... in meine, äh... äh... KB pro Sekunde... KB pro Sekunde. Und das finde ich in... In Deutschland finde ich das schon sehr dreist. Ja, das kann ich ja nachvollziehen. Ja, das ist für einen Internetanbieter aber auch schon ziemlich, also... Das ist... Das ist wirklich traurig. Der Internetanbieter. Der Internetanbieter. Äh... Keine... Oder... In diesem... Falle... Absolut... Keine... Äh... Aktien da drinne. Weil... Das Problem ist... Die Leitung... Das ist so ne... Erste Welt für die Kupferleitung, schätze ich mal. Ähm... Da muss ich dir aber, äh... Teilweise widersprechen, wenn, äh... Zum Beispiel die Telekom, äh... Dein Anbieter ist, dann haben die sehr wohl die Pflicht, äh... Zumindest, ähm... Dir die Möglichkeit zu geben, dass du, äh... Ordentliches DSL bekommst, weil... Die Telekom ist deutschlandweit eigentlich die, äh... Äh... Ja, also... Deswegen heißt es ja Deutsche Telekom. Genau. Aber die Telekom weigert sich teilweise, äh... Wie zum Beispiel bei mir hier zu Hause, die haben gesagt, naja, für vier Haushalte, da, äh... Legen wir jetzt nicht Glasfaser. Könnten wir eigentlich gegen klagen? Weil... Ähm... Die haben jetzt gesagt, naja, wir haben einen Techniker rausgeschickt. Der, äh... Konnte ihn 50.000 jetzt freischalten. So... Ähm... Haben wir gemessen... Haben... Die haben gesagt, es ist bis zu 50.000. Gut, damit können sie sich jetzt wieder aus der Affäre ziehen. Aber trotzdem ist eigentlich die, äh... Die Telekom tatsächlich, äh... In der Pflicht, ihre Kunden und auch die Kunden von O2, Vodafone, 1&1 und wie sie nicht alle heißen, äh... Denen die Möglichkeit zu geben, dass die sehr wohl mindestens, äh... 6.000 bekommen. Bin am Treffpunkt angekommen. Okay, ich brauch noch ein bisschen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine Schande, dass Deutschland so dermaßen hinterherhängt. Nur weil die Deutsche Telekom sich zu fein ist, um sich mal... Na gut, mit der Bundesregierung brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ähm... Aber sich mal einen Plan zu machen, wie man systematisch Glasfaser in Deutschland verlegen könnte... Oder den Leuten das Angebot macht, dass sie auch übers mobilen Netz, äh... Ihr Internet bekommen und da kannst du über das LTE-Netz wesentlich mehr rausholen. Ja, aber ich sag mal so, es macht einen riesen Unterschied. Ob du jetzt in einer großen Stadt wohnst... Oder ob du, so wie ich jetzt zum Beispiel, auf dem Land wohnst... Weil die Gegebenheiten ja auch komplett anders sind. Und das meine ich ja damit. Eigentlich, ähm... Wie gesagt, die Telekom wäre eigentlich, wenn man, äh... Das systematisch plant und die Bundesregierung mal auf die Idee kommen würde, die wirklich zu verpflichten. Ähm... Aber das wird nicht passieren. Deswegen das Angebot machen kann, okay, auf dem Land. Dann, äh... Stellen wir halt einen Funkturm mal mehr auf und bieten denen dann flächendeckend... Äh... Wirklich die Möglichkeit, dass das so läuft. Und wenn es die Telekom nicht macht, definitiv O2. Die haben gesagt, alles klar, wir wollen ein flächendeckendes Netz haben. Und haben es auch schon teilweise geschafft, äh... Äh... Sogar... Äh... Kleine Kleckerdörfer mit Internet zu versorgen. Und das sogar kostengünstig. Und, ähm... Deswegen muss ich irgendwo sagen, dass die Telekom einfach nur komplett zu stur ist, äh... Das A zu einem vernünftigen Preis zu machen. Weil wenn ich mir die Unlimited-Angebote von denen anschaue, da falle ich ja aus allen Wolken. Also ich glaube, das Schlimmste, was ich gesehen habe, waren 80 Euro. Ähm... Und, ähm... Bei O2, da... Da kostet schon der Basistarif dafür 40 oder 30 Euro. Also da sieht man mal die eklatanten Unterschiede. Äh... Und, äh... Ich glaube einfach, dass die Telekom keinen Plan hat, wie sie kostengünstig, äh... Das A ausbauen können und B auch betreiben könnten. Und, ähm... Sich einfach wirklich zu fein sind, um mal systematisch sich mit ihren Ingenieuren hinzusetzen. Und zu sagen, okay... Wie kriegen wir das jetzt hier systematisch und flächendeckend hin? Und dann eine Kooperation mit den anderen Anbietern, wie zum Beispiel O2 einzugehen. Ja, aber das ist ja konkurrent. Das ist ja ein Problem. Ja, aber man sieht doch, wie O2 es besser macht. Ja, aber trotzdem bleibt es bei der Konkurrenz hängen. Die Telekom hat auf die meiste Leitung ihre Hände getrunken. Da, hier am Stadiz 0, da hat Telekom die Förstung. Weil Funk, entweder, ob das LTE oder... Ähm... ... oder sonst sowas. Ich war ja auch im Überlegen über Sky DSL, Stadiz-Internet. Das ist aber auch mit Störfaktoren bezüglich Wetterverbunden. Zum Beispiel Satelliten-Internet. Ich habe ja Satelliten-Felder, wenn jetzt bei mir übrigens das Unwetter ist, kann ich kein Telekom. Weil das Signal sozusagen von dem Wetter blockiert wird. Durch die dicken Wolken und was weiß ich eigentlich. Ähm... Und die Telekom sagt mir, ey, wir haben die Herrschaft über die Kabelverbindung, das was am stabilsten, am sauersten läuft, weil da kann halt nichts in dem Sinne geschwört werden. Ja... Aber warum sollen wir das ausbauen? Für einen... ... Empfänger, der das denn, ähm... ... äh... ... gerne haben wollen würde, dann bei Konkurrenten... ... so ein Internet beziehen. Dann hat er das wohl geiles Internet, aber ich hab nichts davon als... ... Kabelverlegung im Leben. Ja, das... Oh... Das ist ein bisschen langer Text. Warte mal kurz. Da... ... werde ich mal kurz hier anhalten. Ja, ich halt doch schon an. Ähm... Bei uns ist die Telekom so dreist, sie lehnt alles ab, was in Richtung Glasfaser geht. Das hat unser Land... ... hat unseren Landkreis genervt und hat einen regionalen Anbieter angefunkt. Knapp drei Jahre später haben wir Glasfaser, die Leitung an sich, gratis... ... bekommen und konnten auswählen, ob wir 50K, 500 oder 1 Gigabit haben wollen. Habe mich persönlich für 50K entschieden, weil das 10 Jahre lang gratis ist... ... als Wiedergutmachung vom Landkreis. Und das ist sehr spendabel. Und die 50K kommen auch gut an. Gibt keine Ausfälle und keine Schwankungen. Also da muss ich sagen, Respekt, dass der Landkreis... ... äh... ... so sich dafür eingesetzt hat. Ähm... ... und als Wiedergutmachung tatsächlich das gratis zur Verfügung stellt für 10 Jahre. Also... ... pfff... ... wirklich Hut ab. Ja... ... gibt jetzt aber... ... einen Kleckpunkt. Genau die selbe Zeit... ... an der Grünscheiße... ... habe ich auch... ... ein... äh... ... ein... ... ein... ... ein... ... ein... ... das hier... ... bei Grünschenhauer und dem Hof... ... ein... ... ein... ... ein... ... oder... ... dass die Telekom dann ihre... ... Flossen in der Hand... ... äh... ... drinnen hat. Aber... ... wo steht die Selbsten an? ... ... an die Telekom rein? ... ... und... ... das ist meistens... ... NIE... ... der Anbieter... ... der die Kabel... ... oder den Anschluss... ... gibt... ... zu einem... ... Subunternehmen... ... das heißt... ... irgendwelche Tiefaufführungen... ... verliegen jetzt... ... im Auftrag... ... des Internetanbieters... ... die ganze Anlage... ... das heißt... ... deinen Anbieter... ... den du dann hast... ... bei mir wäre es zum Beispiel... ... ähm... ... Nordischnet... ... kennt keine Sau... ... der ist auch nur irgendwie... ... im... ... norddeutschen Raum... ... ähm... ... unterwegs... ... und... ... ähm... ... die haben... ... eine externe Firmen... ... beauftragt... ... mit dem... ... Nachborderverlegen... ... mit dem... ... Verteilerkasten... ... im Keller... ... oder im Erdgeschoss... ... anzuschließen... ... in der KPD... ... die können wir jetzt... ... aber nicht sagen... ... wo ich denn jetzt... ... immer meine... ... Gratförder... ... leiten... ... bekomme... ... oder... ... wie weit das jetzt... ... gerade vorangeschritten ist... ... weil ich... ... immer die Antwort... ... da ist... ... eine externe... ... Firma... ... mit beschäftigt... ... DIE... ... einer... ... eineinhalb Jahre... ... schon... ... darauf... ... ich hab seit... ... eineinhalb Jahren... ... einen... ... Verkragen... ... Internetleitung... ... über... ... eine... ... Vorderreitung... ... die ich... ... noch nicht... ... zahlen muss... ... weil es ist ja... ... noch nichts... ... offiziell verlegt... ... etc... ... ok... Eineinhalb Jahre... ... wo ich immer noch... ... meine alte Internetleitung... ... habe... ... in der hoffnung... ... dass irgendjemand mal... ... irgendwie was... passiert, dass ich meine 200er DSL-Glasmaßarbeitung bekomme. 200er DSL würde mir erfolgen ganz zeigen. Aber irgendwie in meinen Augen oder mir kommt es so vor, als würde absolut gar in meinem Umfeld diesbezündlich passieren. Wie gesagt, wenn die Telekom sich schon dagegen wehrt, dann sagt einfach nur die Baufirma oder der Landkreis, okay, wenn sie es natürlich machen, dann nehmen wir halt Firmen, mit denen wir gut zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit und dann machen die das natürlich auch, weil die haben ja auch ihre Quellen und die können das ja kostengünstig für den Landkreis dann auch machen lassen. Das Problem ist aber, und das haben wir ja jetzt schon zur Genüge überall gehört. Erstens mal kam ja Corona dazwischen, das dürfen wir ja mal nicht außer Acht lassen. Zweitens haben wir einen Rohstoffmangel, weil Chips und so weiter, das ist ja alles momentan ein bisschen Mangelware. Und drittens haben wir auch einen Fachkräftemangel. Und da nützt es jetzt nichts, dass wenn wir jetzt sagen, okay, wir holen uns jetzt Gastarbeiter oder so, die das machen. Natürlich könnten wir die holen. Es gibt aber ein Problem. Und das ist die Bürokratie in Deutschland. Weil die Bürokratie hier, die verhindert, die verhindert sehr viele Projekte, die man von jetzt auf gleich umsetzen könnte. Und von daher, also ich will es mal nicht hoffen, aber zum Großteil wird da wahrscheinlich dann Schwarzarbeit mit eingesetzt, damit das jetzt wirklich vorangeht. zusammensteht. Weil die deutsche Kette bekommen hat im großen Teil die Hände auf den ganzen Verteidern. Wo schließen die Führung, die jetzt über Norddeutsche und wie die ganzen alle Neunheimen, die nachheizen, jeder hat was anlassen von den Verteidern der deutschen Kette machen. Das heißt, die müssen dann erst mal sagen, ja, ich habe die Leitung, auf den Verteidern der deutschen Kette machen. Na, ähm, Lord schreibt gerade, ist klar, finde ich jetzt aber nicht schlimm und hat ja bei uns auch nicht lange gedauert. Haben nur einmal einen Gulli mit Wasser aufgesprengt, also aus versehen, aber ansonsten ist alles gut. Naja, okay. Ja, aber dann hat dein Landkreis halt, äh, sehr schnell und sehr gut, äh, reagieren können. Und um die zwei Aussagen, die jetzt mal getätigt worden sind, mal zu verbinden. Ja, ähm, muss ich jetzt hier abfahren? Ne, muss ich nicht, okay. Ja, das stimmt natürlich, dass die Telekom überall die Hand drüber hat. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, äh, wenn die, äh, wenn du da Subunternehmer hast, die der Telekom sagen, äh, hallo, ähm, wir verlegen mal hier Glasfaserkabel, dann kommt das der Telekom doch genau entgegen. Weil, dann müssen die keine Firma oder keine Ingenieure beauftragen, äh, die dann die Kabel verlegen und die dann anschließen, dann sagen die nur ihren Mitarbeitern, passt auf, wir haben hier, äh, neue Kabelstränge, ähm, könnt ihr die mal schnell, äh, freischalten. Und dann ist das wahrscheinlich eine Sache von nicht mal, was weiß ich, äh, drei Stunden mal grob gesagt. Und da würde ich irgendwo mal meinen, dass es der Telekom da eigentlich entgegenkommt, wenn, äh, wenn Subunternehmer dieses machen. Na, 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 Herr Polizeichef. Hm, versteht ihr, wie ich das meine? Äh. Aber trotzdem, die Telekom hat ja nichts davon, die kann jeder zusammen, die sollt machen. So, unsere Relation ist schon normal, wenn wir etwas verborgen, wenn wir sagen, nö, 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 nö. Ja. Na, ich denke mal, dass, äh, das Lord's Landkreis einfach die Schnauze voll davon hatte und wie, die wie meine Mutter und ich sind, die haben halt so lange diskutiert und gemacht und getan, äh, äh, bis die Telekom wahrscheinlich, äh, bis die Telekom wahrscheinlich, äh, eingeknickt ist. Und die werden, die werden den sicherlich mit irgendwas gedroht haben. Mit irgendwas wohl, äh, was meine Aussage von vorn, äh, bestätigt, äh, dass die Telekom in der Pflicht ist und dass sie das versäumt haben. Und ich denke mal, genau das wird es gewesen sein, warum, äh, äh, warum die dann im Endeffekt gesagt haben, okay, äh, mach mal. Ähm, und der Landkreis dann sozusagen so entgegenkommt, war und gesagt hat, okay, äh, als Wiedergutmachung kriegt ihr jetzt eine bestimmte Zeit, alles gratis. Bei uns hat sich die Telekom auch gefreut, deswegen war es, denke ich mal, auch so schnell. Oh, shit! Oh, shit! Oh, 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 oh. Ja, wie gesagt, am, wenn man fährt, sollte man nicht am Handy lesen. So, ja. Also, ich denke mal, dass das so passiert ist. Oh, Gott, Stocki guckt zu. Äh, wieso? Ja, ja. Äh, 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 breiten, vielen Wiener, die haben die. Äh, wird er nicht tun, weil er seinen Rechner nicht mitgenommen hat. Äh, den durfte er. Na, wieso? Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil, äh, wenn man nur vier Tage irgendwo hinfährt, äh, beziehungsweise, ähm, 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 na, er muss sehr wohl, wie ich gehört habe, auch, äh, irgendwie irgendwo helfen. Da hat er wahrscheinlich auch nicht die, äh, die Zeit dazu gehabt. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass man da einfach seinen Rechner nicht, nicht mitnimmt. Ich habe meinen ja nur mitgenommen, weil er, äh, 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 es ist ja sowieso nur der Zweitrechner, ähm, und B, äh, der andere, der steht ja bei meinem, äh, bei meinem Kumpel. Und von daher, äh, habe ich den jetzt einfach mal so, wie er war, mitgenommen, dass er auch wieder da steht, wo er hingehört. Bin nur nie zu Hause, bin nur unterwegs. Ja, das ist dann, äh, ich würde jetzt mal nicht sagen Pech, aber, äh, ich glaube mal irgendwo Haus gemacht. Ach so, dieses Wochenende. Ah, okay, okay. Äh, äh, Lord, ich weiß nicht, was bei dir hier gerade los ist, aber hier ist Megastau. Lol. An dem Rastplatz ist in der Einfahrt Stau. Wie kann hier Stau sein? Hahaha, okay. Hahaha, das hatte ich ja noch nie in ETS-2. Er schreibt, schreibt jetzt gerade, gibt Stau an der Tankstelle, weil die alle nur an der Tanke sind. Und, weil die alle nur an der Tanke sind, ja. Ja, sowas sind auch die. Das stimmt allerdings. Kai, da gebe ich dir recht. Gebe ich dir zu 100% recht und du weißt ja, dass ich auch Verständnis für sowas habe. Er hatte jetzt gemeint, äh, dass Freunde mehr wert sind als das Zocken und wenn man sich jetzt eine lange Zeit nicht gesehen hat, dann möchte man das ja auch genießen und das kann ich, das fühle ich zu 100%. Und manche wollen vorbei und Pause machen und rammen sich anscheinend gegenseitig ein bissl. Oha, die KI läuft amok. Ja, KI, wofür steht er? Keine Intelligenz. Oder Taktintelligenz. Aber weißt du was, ich fahre jetzt... Ich fahre jetzt auf dem Standstreifen hier. Ist zwar ein bisschen eng, aber... Was soll's... Na, ob ich jetzt an den... Jaja, Funktion... Klatsch. So, ähm... Leute, was heißt hier manchmal? Oh, das ging jetzt an dich, Katze. So, ähm... Lord, ich werde jetzt mal noch fix eine rauchen gehen. Die an mich. Und, äh, dann geht das weiter. Ähm, ja, weil du zu Kai gesagt hast, dass er nur manchmal recht hat. So, wofür. Ich glaube, du solltest den Chat öfters mal verfolgen. Hehehehe. 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 Gut. Dann bis gleich. Hehehehe. Vielen Dank. 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 Das ist ein Versprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die nächste... Also... Oh... 5%... Ach du... ... 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 Alter, wieso hakt denn das jetzt hier? Boah, jetzt habe ich irgendwie dasselbe Problem wie du gestern auch bei mir ruckelt und stockt das jetzt so ein bisschen Achtung, Unfall voraus Boah Alter, das hatte ich ja bei ETS noch nie Also ich glaube nicht, dass das am Rechner liegt, ich glaube das Licht Wartest du? Kann ich machen Steckt er wohl im Stau? Oh Ich glaube in der Zeit, wo er mal an zu mir ran fährt, werde ich mal alles mal auf hoch stellen Ich hatte ja jetzt Ultran, das sollte eigentlich für eine 2060 jetzt nicht das Problem sein Ah, da kommt er Ich hoffe mal, dass das jetzt weniger ruckelt Alter, ich würde ja noch mit mehr schleichen hier vor mir Ich glaube ich werde mal hier mit 65 fahren, das ist mir jetzt mit den Kurven ein bisschen zu heikel Oh Lord, nächste Tankstelle raus, weil ich sehe gerade, ich habe nicht auf meine Tankanzeige geguckt Scheiße Was denkst du mit wie viel Kilometer kommt man noch weit, wenn das Spiel sagt, niedriger Füllstand 360 Kilometer Na gut, da sollte ja was mit bei sein Ja Okay No Ja Not Ja No Ja Wir sind Katze bis dahin gepennt Negativ Ich bin nur gerade am Ausrüstung wechseln und muss gerade darauf achten, dass ich jetzt hier kein großer Fehler mache Weißt du zufällig, wo auf der Tastatur man die Karte so schnell aufrufen kann während der Fahrt? Ja Okay, bis jetzt kommt da noch nichts Das ist ja eigentlich so eine durchsichtige, gigantische Navi-Mask Ja Und wenn du deine Taktan zudrückst, kannst du rauszoomen Bis du bei dem Punkt bist, wo komplett die reichen ist Oh, da kommen sehr gut Tankstellen Wie gesagt, Lord, nächste Tankstelle raus Haha, schreibt da auch gerade M Hm 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 Nach der Kurve Nach der Kurve Aber ist das Game, was du da zockst, so was wie League of Legends? Nein. Er ist eher wie Diablo. Ah, habe ich leider noch nie gespielt. Nur, dass Diablo seit mal anfängerfreundlicher ist. Verkostet aber. Okay. Okay. Bei Diablo zum Beispiel, wenn du da eine Skillung machst, kannst du sie jederzeit ändern. Wenn dir eine Fähigkeit nicht gefällt, kannst du sie ändern ohne Probleme. Mhm. Also da solltest du dir vorher so ein Charakterbild erst mal auf dem Internet suchen und dich daran dann anfangs erstmal halten, bis wir noch ein bisschen untersteigen, wie funktioniert das? Nur vielleicht mal auf eigene Faust etwas zu probieren. Mhm. Was ist denn hier los? Stau. Aber ist eigentlich echt geil, außer von der Optik her. Ja. Wie gesagt, mit Survival Games habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Hast du das nicht vorhin gesagt? Nein. Zellig. Da hatten wir das Thema Zellig Hacken. Das ist Survival. Und da war ich das Thema. Ein Backstage als ein, ähh, äh. Ja, sagen wir mal. Eine Backstage als ein Hackenschale. Mmhm. Pihan, Slumberpillen, Leveln, Skillen, Fighter. Gertsumberpillen. Aber anscheinend Schaut Stocki nicht mehr zu So Das ist gut, dann kann ich ja wieder rasen Das ist gut, dann kann ich ja wieder rasen Kannst du so oder so Stocki ist auch nicht anders Nee, mach ich aber Lord zuliebe nicht Joker Joa, moins Joker Dankeschön Wünschen wir dir auch Na toll, 60 Warum fährt man denn hier 60? So, schön wieder 80 Yo Peace Ich würde dir ja gerne auch die Schönen zwei Finger zeigen Victory Zeichen Aber ich habe meine Cam nicht mitgenommen Entschuldigung, ich dachte hier die Zwei Finger, die so in der Mitte Nee, 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 nee Oh Irgendwie kenne ich dieses Geräusch Habe ich Habe ich einmal einen neuen Follower Recht herzlichen Dank Sag ich da mal Willkommen bei dir Willkommen bei die verrückten Höhen Ja, wie sagen wir immer bei der Reisegruppe Internat Herzlich willkommen an alle mit gutem Geschmack Ihr seid da falsch So Ein Kollege hat immer gesagt Danke, dass sie sich verlaufen haben Wir sind zufrieden Herrlich Es gibt so einige Sprüche Ah, nee, an alle Leute mit gutem Geschmack So Aber Ich glaube bald Hier werden sie gehelft, ne? Äh Mit sehr gutem Deutsch Tja Was wird man nicht alles freuen? Von der engelte Anke Ah, ja Nee, von der gutsten Frau Ich, ich weiß nicht Irgendwie Hm Fand ich die nicht so witzig Was ich bei Anke Engel für einfach genial fand Die hat sich einfach so schlecht Ich Und das so gut Da muss man nicht sagen Chapeau Gut ab Boah Alter, so viel mal Peace kann ich gar nicht zeigen Wie es der Joker tut Hoppala Aber ich find's Ich find's Schade Naja Naja Foul kann Äh Foul Ja So genau wollten wir das glaube ich gerade nicht wissen Aber Joker stellt's dir einfach gedanklich vor Dann Zimmer quit Glaube ich Aber was ich wirklich schade finde Ist, dass wir bald die Reisegruppe Internat nicht mehr machen können Ja, weil äh Der Der Metal Head Der ist bald mit seiner Ausbildung fertig Und dann verlässt er ja das Internat Sogar noch früher als ich Und von daher geht das nicht Und wer weiß ob ich meine Ausbildung überhaupt bestehe 122 Kilometer Na, das ist doch wunderbar Gesundheit, falls du jetzt gerade genießt hast Ne, weil Ich wollte ja solche Ruhe tun Hehehehe Also ich war jetzt gerade wirklich am überlegen, ob ich mein Lenkrad doch nochmal anschließe Aber Dadurch, dass Mein Handy ja jetzt auf Äh Gemeint hat Es bräuchte Müssen wir jetzt hier raus? Ja Tatsächlich Oh ich Na toll 40 Und der hält sich auch noch dran Der hier vor mir Aaaaah Und was kommt natürlich Lord links mit 30 Habe ich wohl zu spät gesagt Ich noch 500 Woa Okay Bei mir sind es jetzt noch 88 Na ja Komm mal ganz gut hin Komm mal ganz gut hin Äh Willst du dann auf mich warten Oder willst du weiterfahren? Hh Komm mal ganz gut hin Toll T-T-T-T Kalau T-T-T Aaaaah Tumtumtumtumtum Tumtumtumtum 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 Du wartest, okay, gut, dann... Es ist nicht mehr weit... Tumtumtum Ja So Gut, dann also ab vorn Boah, alter Ab vorn und rechts Aber obwohl er sieht ja, wo ich... Wo ich bin Aber ich habe letztens mal, äh, geguckt, wo diese zwei Spinner aus, äh, aus dem Stream, den ich Löschen musste, äh, hin sind, oh, 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 oh! Oh, das tut mir jetzt leid! Ohaah, scheiße! Halle Bumse, aber! Ja, ich muss ne Vollbremsung einlegen, weil ich, äh, grade dachte, okay, äh, abfahren ist noch weit entfernt ja du mich auch oh lord das tut mir jetzt wirklich richtig leid ich hoffe es nicht allzu viel schaden das ist das denn für eine strecke hier junge merke ich gerade obwohl es gibt tatsächlich eine mod map das ist da teilweise wie in ja auch wie in der realität also die darfst du eigentlich nicht zu ernst nehmen ja die ist wirklich heftig also das ist ja mal eine richtig heftige einfahrt hier über spitze kurven hast du hier wie kann man denn bitteschön sowas bauen ha 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 ich lach mich tot ja ich weiß es gibt keine dummen fragen es gibt nur dumme antworten sind nur 25 alles klar tut mir aber trotzdem leid dass das gibt bestimmt übel abzug so eine strecke und dann bei nacht halleluja was ich da mit meinem anhänger überhaupt trau ich oder das war bestimmt übel knapp und nur zwei prozent trailer alles klar hier kann man gut wenden so wir gehen auf nummer sicher am arsch der welt kann man auch rückwärts sowas abgeben anscheinend nicht naja ich bin außersehen falsch reingefahren naja das hört sich aber nicht gut an ja das stimmt allerdings jetzt ist er mir dummerweise hinterher gefahren ach dann scheiß drauf ich mache hier automatisch das einparken und gut ist gute arbeit ja so wo ist er abgeblieben hinter mir okay dann würde ich sagen fahr mal vor die leichte kann ich ja jetzt ausmachen das ist Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Was war das denn? 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 Was war das? Was war das denn? Was war das? Was war das denn? Was war das? Was war das denn? Ja, die sind? Was war das denn? Die waren alle an? Was war das denn? Was war das denn? Okay? Was war das? Was war das denn? Was war das? Was war das? Was war das? Man kann das? Was war 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 das? Das war das? Was war das? Was war das? Was war das? auf Englisch ausspricht. Ich habe nur Peck-Pra-Sah. Das Problem war nur, zu meiner Orientierungsschulzeit war in Bad Freilich-Bosse Nachbarort geliefert. Im Euthen ist ein Deutsch-Englischer Tropfenübungsplatz. Natürlich hatte ich dann auch Klassenkameraden die gebürtig Englischsprache. Vorher der Deutschkonferen haben wir natürlich Muttersprache Englisch an. Dann haben wir dann auf Englisch gelernt. Und dann kamen unsere Lehrer. Ne, 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 so wird das nicht ausgesprochen. Das wird so und so ausgesprochen. Wir lernen hier nicht das American-English, wir lernen hier das Oxford-English. Nachdem wir unserem Rektor dann mal verklickert haben, was für ein Quark unsere Klassenkameraden Klassenlehrerinnen so freundlich, mit Pipp-Pra-Sah und Oxford-Englisch. Letztlich haben wir unseren gut englisch-strafigen Mitschülern an uns sowas gesagt. Und wenn wir was ausgesprochen haben, auf einmal hatten wir einen zeitlich begrenzten Lehrer zu Gast. Sozusagen ein Austauschlehrer. Lehrer. Aus England. Der in England unterrichtet. Und ähm. Unsere Klassenlehrerin ist dann entgegengesetzt rübergewandert. Der Austauschlehrer, den wir hatten, der war mir so sympathisch. Wir hatten wunderbar verstanden, obwohl ich englisch-üböse Probleme hatte. Aber wir haben uns mit Held und Füßen wunderbar verstanden. Er konnte auch perfekt Deutsch davon haben. Aber er war auch einer von der Sorten, die ihm gesagt haben, wir sind im englischen Unterricht. Ab sofort werden wir hier englisch sprechen. Nett. Außerhalb vom Unterricht hat er mit dir perfekt Deutsch und auch gerne Deutsch gesprochen. Im Unterricht nur Deutsch. Du meinst Englisch. Äh, ja. Ich meine nur Englisch. Und er war so sympathisch. Er kam am ersten Tag direkt rein. Ohne Worte geht er zum Lehrerpult, kramt die Kreide rauf, klappt die Tafel komplett auf und schreibt ganz groß über die komplette Tafel Speak Englisch. Hat einer Deutsch gesprochen, hat er den Zeichelstock genommen und einmal gegen die Tafel gehauen. Speak Englisch, please. Ja, glaub ich das denn. Ja. Ja, glaub ich das denn. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Wer wartet noch weiter? Ich bin falsch groß. caje ich entfernt. Ich bin Arniein, es geht in tor. Und es geht für die Sauerstoff wiederum und kramt die A charge dann. Problem mit der englischen Sprache, richtig vieles mit Problemen. Er hat es auf Deutsch versucht. Betruglich. Okay. Der Lehrer, ganz trocken, so schön faulen, auf dem Lehrerstuhl und haut mit dem Stock gegen eine Tafel. Den ging nicht schließen. Der hat das so weit geschrieben, dass der Klassenkamerad kurz vor der Blase in Blut war. Und der Lehrer ist dann auch zwischenzeitlich aufgestanden, an die Tafel gegangen, und hat ihm noch ganz klein please drunter geschrieben. Und kurz bevor die Blase wirklich explodierte, hat er einmal tief durchgehalten und sagte da, okay, let's go. So schnell fahren wollen, dass der Klassenkamerad noch nie rennen gesehen hat. Ich fand die Aktion nicht verkehrt. Gut, ich bin an sich auch ein sehr, sehr, sehr anfangs. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Hm? Was meine ich? Ich wollte gerade sagen, ne Ampel auf der Autobahn macht wenig Sinn. Ja. Okay. Ich dachte, ich war schon schlimm. 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 Und ab in die nächste Mautstelle. Ich dachte, ich war schon schlimm. Ich vermisse irgendwie meinen Sessel. Ich dachte, ich war schon schlimm. Na, werden wir der Maut entkommen? Ich glaube nicht. Doch. Wir müssen ja noch nicht abfahren. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber ich passe auf ihn auf. Deswegen hat er 25%? Ja, komm, das ist jetzt... Das ist jetzt... Alleine aus... Nein, nein, nein. Alleine wegen Ära passe ich jetzt darauf auf, dass ihm niemand hinten reinknallt. Von mir aus seien sie mir in die Karre fahren. Ja, ja, ja... Ja, ja... Oh, Mann. Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... 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 Vielen Dank. Ach so, hat den hier abgeliefert und nicht verloren. Okay. Okay. Ich wechsle den LKW jetzt wegen Schwerlast. Schwerlast hört sich gut an. Schwere Lasten kriegt der ja abgezogen. Na gut, pass auf, dann muss ich in die Innenstadt fahren, damit ich eine Schnellreise machen kann. Hm? Mach mal. Wo soll denn die Schnellreise hingehen? Oh. 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 Vielen Dank. 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 Das ist ja sehr komisch hier. Das Rennen habe ich verloren. Aber 8% Schaden gehen noch in Ordnung. Hm, Containerhafen. Auch nicht schlecht. Aber mir ist mal so durch den Kopf gegangen, was wäre, wenn du wirklich auf alle DLCs hättest und in jeder Stadt wirklich LKWs und Fahrer hättest. Du müsstest ja wirklich Millionen und Abermillionen scheffeln. Es gibt nur ein Problem. Kannst du es nicht ausgeben. Es gibt mehr Geradenplätze, als dass du Leute einsinken. Das kannst du ja dann nach und nach machen oder nicht? Das finde ich ja jetzt auch wieder bescheuert. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn man es selbst ausprobiert. Ich weiß nicht. 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 Das finde ich ja schon ein bisschen strange. aber naja gut so dann gehe ich jetzt noch mal pass auf ich werde jetzt mal pinkeln gehen und noch eine rauchen und dann bin ich wieder komme ich zurück eine versprechen ja gut na dann bis gleich ich Vielen Dank. 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 So... würde ich mal sagen... geht's weiter... Ja... Ja... Schlimm... So... Na, wir haben... gesagt... damals war... Schick, schick... Schick, schick... Er... 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 Schick, schick... Boah... ... incredible... ...er... ... imag... ja das kommt nicht gut wenn er die ganze zeit nur an wenn sie nicht also am gehen bist habe fiese ruckler starte spiel mal neu muss eigentlich morgen wieder auf arbeit warum es gibt manche die müssen auch am wocheinde arbeiten ja wir wollen da aber weg von weil wir hatten da weil wir sind eine Saison getreten und wir hatten das so oft schon das war innerhalb der Saison fast jeden Samstag arbeiten durfte was ist für uns nicht typisch ok ich sehe ihn auf der karte aber ich sehe ihn nicht vor mir oder neben mir mach ich ja ja doch ja doch ja doch ich gebe mal nach weil ach da ist er doch und er fährt weg ich bin bei ihm kurz in der Küche mach mal und er Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 6 Euro Maut sind aber billig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Darf man mal fragen, wo du hin willst? Vielen Dank. Na ja, es war gerade so schön ruhig. Ich kann ja auch wieder gehen, Kleinko. Alles gut. Ja, ja, die müssen wir auch. Ich frag mich nur gerade, wo er hin will. Nach oben links. Na ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Vielen Dank. 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 Ich hätte den Einschlag vielleicht doch nicht so weit runter setzen sollen. Vielen Dank. Oh, Alter. Ah, ich sehe eine Firma. Nee, kann er nicht, weil... Die Straße führt genau dahin. Ja, das wäre es ja. Oh, und das ist... Oh, und das ist wieder so eine hässliche kleine Einfahrt. Und das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Und das ist ja... Und das ist ja... Und das ist ja... Das ist ja... Oh, nee. Ich sag ja, die Auffahrt ist definitiv zu klein. Na, bleibt ihr wohl stehen? Wow. 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 Vielen Dank. 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 Katze, schlag mal ein Thema zum Diskutieren vor. Vielen Dank. Fällt dir so auch nichts ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber... ... 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 Ja, stimmt. Hab's vergessen. Das wirst du mal schön sein lassen, weil das werde ich garantiert nicht installieren. Wenn du leider einen schönen Screenshopper über nebeneinander stehst, dann steht da Luke on board mit dem Pfeil auf deine IQ gezeigt fertig auf. Nicht gut? Alter, diese KI-Junge. Keine Intelligenz, keine Intelligenz, kaum Intelligenz. Ja, ich weiß nicht, was dieser LKW geschluckt hat, aber der fährt ständig nach links, nach rechts. Wäre ich jetzt nicht... Ja, aber wäre ich jetzt nicht in die Eisen gegangen, wäre ich ihm schon wieder in den Trophy fahren. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Lord, was hält es nur davon, wenn wir auf die linke Spur gehen, weil die ist wirklich frei. Okay, relativ frei. Nicht gut? Okay. 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 Good afternoon. Okay. 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 da ist mir wieder jemand gefolgt dankeschön und den kanal immer schön weiterempfehlen wo geht es hier hin wo geht es hier hin ich finde irgendwie italien durch italien zu fahren ist viel entspannter als frankreich als frankreich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, meinst du, das klappt? Nein, es klappt nicht ganz. Okay. 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 Oh, Mist. Lord, ich fahr mal andersrum. Weil da komme ich definitiv nicht durch. Eng ist zwar immer gut, aber das schaffe ich da definitiv nicht. Okay. 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 Ja, da war ein hässliches Schild, da bin ich immer hängen geblieben. Okay. 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 Was denn langweilst du dich schon? Was denn langweilst du dich schon? Oh ne, nicht mit der Zuglast, die ich hier hinten dran hab. Ich weiß, man fährt nicht über rote Ampeln, aber das wäre jetzt wirklich nicht gegangen. Ich weiß, aber macht man trotzdem nicht. Boah, das war aber mutig. Hm. Tja. Also ich muss ja mal sagen, den Scania zu kaufen war keine schlechte Idee. Äh. Ja, der zieht ordentlich. Und sieht teilweise auch maschig aus. Ja, ich wünsch mir schon, dass er auch so schöne Reifenbeschriftungen hätte. Hm. Hm. Zum Glück kann jetzt keiner meinen Gesichtsausdruck sehen. Na, 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 na. Na, 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 na. Hier ist alles zuzutrauen. zu trauen erfahrungswerte die leise Was ist denn jetzt los? Ah, Spiel abgestürzt. Alles klar. Ja, hat er mich jetzt nur gewundert, weil auf einmal war er weg. Ich war nicht so eilsam oder verlassen gefühlt, was? Oh, kann doch mal passieren. Ich war nicht so eilsam oder verlassen. 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 Mal gucken, haben wir hier irgendwo noch einen Rastplatz in der Nähe? Wo bin ich denn überhaupt? Ach da. Ah, da ist er ja. Oh, bei mir fängt das Spiel jetzt aber auch wieder an zu rucken und zu stocken. Okay. Vielen Dank. 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 Oh, was ist denn jetzt los? Bin hängen geblieben, ich glaube es ja wohl. Oh, wo bleibe ich denn hier hängen? Okay. 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 Hä? Okay. 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 Ну почему wird es läuft. Okay. Come on. Ich kann nicht vor und nicht zurück. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich krieg den da nicht raus. Naja, na gut, liebe Freunde der Nacht. Ein Kilometer vorm Ziel hat ein verdammtes Schild dafür gesorgt, dass ich den Auftrag nicht beenden kann. Habe ich versucht, der... Das hat nichts gebracht. Hm. Also, ich bin da perfekt reingefahren. Ha, ha, ha. Ja, ich hab's ja verstanden. Aber, der geht immer besser als nie. Nichts ist beschissen als beim Abgabeohr zu verlieren. Ja, das war wirklich mies. 2,3,2 oder Kilometer. Ja. Und dann wirklich aufm Hofstraight. Ja. Und das nur wegen der verpackten Bildung. Na gut. Dann würde ich sagen, äh... Ich danke dem Lord, dass er mit dabei war heute. Und dem Katze. Ich war nicht dabei. Ja, du warst seelischer Beistand heute. Ja. 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 Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Wieder schauen. Und... Ja. Dann wars das für heute. Schlaf gut und träumt ein paar schönes. Und wir sind dann mal... weg.